Arrrr, heidi ho, ihr feuchtfröhlichen Fischerfreunde. Wir sind wieder zurück, wieder mit Nico am Start, beziehungsweise immer noch. Machen wir noch eine Tour hier und schau mal, wir haben entdeckt, dass man auch Quests erfüllen kann. Da schauen wir mal nach. Chinesischer Störr, soll man fangen. Gibt es irgendwie auf der Karte Punkte, wo die spawnen sollen, aber... Keine Ahnung, da sind nur normale Fischer abgebildet bei mir. Da steht nicht, was für ein Fisch das spawnt. Ja, das sind quasi eigentlich dann die Markierungen, schätze ich mal, wo die Fische sind für die Quest. Okay, dann sind die ja hier bei uns in der Nähe gar nicht. Ne, wir müssen quasi weiter raus und du hast dafür keine Köder, ne? Ja gut, aber die sind ja schon... Alter, ja komm, versuchen wir einfach mal trotzdem da hinzufahren. Obwohl, das wäre, glaube ich, irrsinnig, aber irgendwie muss ich doch an Geld kommen. Warte mal. Vielleicht kann ich dir... Äh, schade, funktioniert gar nicht. Was sehe ich denn überhaupt mein Guthaben? Wenn du unten auf Shop klickst oder in dein Inventar gehst, siehst du rechts so ein... Ja, S? Ja, S? Hinten blau hinterlegt. Ach, äh, Null? Okay, alles klar. Da mit, mit Shells und Pearls irgendwie, ne? Ja, 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 okay. Ja, genau. Ich bin komplett pleite. Finde ich geil. Aber wo kriege ich jetzt Geld her, abgesehen von Quests? Das ist eine Frage, das weiß ich auch nicht. Null von Eins. Belohnung 24.500. Alter, ich muss so ein Ding fangen. Komm, wir fahren da hin jetzt. Vielleicht kann man die auch ohne fangen, weil... Ist ja eine Anfangs-Quest. Den glaube ich nicht dran. Den glaube ich nicht dran. Schade. Ja, macht nix. Komm, wir fahren mal dorthin. Sonst hätte ich nämlich jetzt ein paar... Werden wir da überhaupt hinkommen. Ach, warte mal, die wollte uns doch irgendwie porten. Ja, das funktioniert aber nicht. Also muss man erst einmal dort gewesen sein, um dort hinzukommen. Okay. Genau. Ja, machen wir halt ne kleine Bootsspritztour hier. Ja, Mann. Alter, was hier draußen für Monsterfische sind. Du siehst ja oben rechts, was da für Fische ist worden, ne? Alter, da wird 16 bis 23 und so. Ja, ja. 20 bis 24 Spiesenkugelfische. Das ist absurd, Jungs. Die sind rot hinterlegt. Ja, klar. Das heißt, die können wir gar nicht erst fangen. Ja, oder? Obwohl, ich habe auch schon drei Fische gefangen, die orange hinterlegt sind. Alter, das ist ja am Arsch der Welt. So viel Sprit haben wir gar nicht, um da hinzukommen, glaube ich. Also, ich muss sagen, ich habe noch was Sprit. Habe ich auch noch zehn kann, aber ich glaube... Warte mal, ich habe da so eine Karte gedroppt. Gegenstand zu benutzen. Doppel, bla bla bla. Sehlt zufällig gewählte Gegenstände beim Gebrauch dieses Gegenstands. Äh. Überraschungsboxen an. Öffnen. Eine. Oh, lol. Oh, lol. Schwächster Upgrade Orb. Was ist das denn? Was? Maximale Auswerfreichweite minus eins? Plus eins? Hä? Mit diesem Gegenstand können sie ihre Angelrute oder Spule aufrüsten. Wenn die Aufrüstung gelingt, steigen... Ah, steigt die Stufe des Gegenstands um eins. Wenn sie fehlschlägt, sinkt sie um eins. So, okay. Ah, dann hätte ich lieber die Batzen Bargeld, was links und rechts nebendran war, genommen. Hm. Ja, schade. Äh, jetzt habe ich eine ganz andere Quest. Jetzt habe ich eine ganz andere Quest. Rote Meer Brasse. Zwei Stück. Okay. Und die spawnen auch hier bei mir in der Nähe. Das ist gut. Laut Karte soll der Fisch, den ich fangen soll, der grüne Stör, hier sein. Soll es den hier geben... Alter, Belohnung, 33.800 Shels. Okay, jetzt weiß ich, wie man Geld verdient. Nur durch Quests wahrscheinlich. Okay. Ja, hier soll es den grünen Stör geben. Und, kannst du ihn fangen? Schau dir den aus. Das ist eine gute Frage. Ja, ist er auch rot hinterlegt, oder was? Ja, ja. Alter, da fliegt sogar ein Ballon. Ein, ein scheiß Gasballon mit, äh, äh, Dingens. Passive Card. Der kreist einfach so oben rum. Okay, die Fischer, die können auch, äh, anfangen, ähm, sich so zu bewegen, dass du mit dem Boot hinterher musst. Oh, krass. Oh, ho, ho. Ja. Ein japanischer Halsbandfalterfisch, ne? Diese rote Meer Brasse. Ja, das ist einfach mal sehr selten und Level 17 bis 24. Geil. 42 bis 47, der grüne Stör. Also, wie will man den denn fangen? Geht doch gar nicht. Oder? Tintenfisch. Kleine Stöcke. Die Fisch-Fisch-Stöcke. Die Fisch-Fisch-Stöcke. Die Fisch-Fisch-Stöcke. Ich kann keine anderen Köder kaufen. Ich muss auch die Köder kaufen. Junge, Junge. Ja, was? Geil. Na, ganz toll. Äh, die Köder, die ich brauche, kann ich nur nicht kaufen. Das, äh, finde ich gut. Ja, so kann man es natürlich auch auskennen. Ich finde es gerade ja scheiße. Ja, ich würde sagen, wir gehen mal ins Hauptmilieu. Ja, guck mal mal, dass wir eine neue Reise irgendwie machen können. Ja, würde ich auch sagen. Obwohl ich pleite bin. Ähm... Nee, äh, verlassen, wa? Also, auf Beck, ja. Ah, Anker, ja. Ja, unten. Dieser Angelhaken. Danke, genau. Steht bei mir Beck dran. Irgendwie ist die Übersetzung bei mir fehlgeschlagen. Ja, ja. Lieschen. Alter, diese typische Aufzugmusik hier im Hauptmenü ist geil. Ähm, wie geht's weiter? Ich habe keine Ahnung. Gute Frage. Ich habe keine Ahnung und davon viel. Genau. Ich habe ja auch kein Geld, ne? Ich kann eigentlich jetzt gar nicht mehr freier Angangmodus, kann ich mir gar nicht mehr leisten, glaube ich. Wir müssen ja nach Asien Nord. Gehen wir mal auf Channel 2. Hm? Ah, okay. Pass mal auf. Äh, ja. Nein. Immer wieder zurück. Warte mal, warte mal, warte mal. Wo? Klickst du auf den Fischtank? Fischtank. Fischtank. Ach ja, das sind meine Fischtank. Ja, und dann? Jetzt kannst du die alle anwählen. Ach, sieh mal an. Oder auf den Button Alle verkaufen klicken. Geil. Wenn für 414 Schels. Ja, gerade auch herauskommt. Das ist doch nichts. Langt immerhin für Köder. Ja, aber das kann doch nicht Sinn der Sache sein. Also ich könnte quasi noch eins eröffnen. Was, wenn du pleite bist? Da geht ja gar nichts mehr. Das ist schon richtig. Es sei denn, momentan mal, kann das, das könnte sein, dass es in der Region lag. Ja, das könnte wohl sein. Keine Ahnung, dann mach du mal eine Lobby auf bei Jong-Hung Island. Guck mal. Das habe ich eben mal gemacht. Nennen wir es mal wieder, wie eben. in den Raum. Büchse. Bei Spieler. 120 Minuten. Freier Modus. Jong-Hung Island. Level 1. Erstellen. Achso, ja, das Ding ist Passwort. 1, 2, 3, 4. Erstellen. Jo. Ja. Diese scheiß Hinweise, die sind immer im Weg. Hat das jetzt Geld gekostet? Okay. Starten. Nein. Geil. Wie gesagt, es liegt wahrscheinlich an der einen. Ich dachte. Oh, es sind zwei blauische Seesternen krapern. Segel, feilen, Fische. Alter, was, was, die sind direkt hier, wo wir sind. Ach, die sind ja auch hier, dann ist es in Ordnung. So. Ich habe einfach immer noch keine Unterwasser-Kameras, ne? Jetzt sag mir nicht, du hast eben nicht in deine Dings geguckt. In deine... Da waren zwei Nachrichten, aber da war nur Benzin drüber. Was? Warte, warte, ich habe gerade ein Fisch. Und im Menü, Rostfach? Na, warum funktioniert das eigentlich? Ah, jetzt aber. Normalerweise müsste da unten im Postfach dann, äh, noch eine weitere von unserem... Ich habe schon wieder eine Fortune-Karte angekündigt. Einfach einen Fisch gefangen. Aber wodurch? Ja, jetzt kann ich im Inventar rechts klicken. Einfach nur ein Fisch, Verwenden. Eine, wir haben ja nur eine. Dann läuft wie im Casino, werden so Karten aufgedeckt, dann läuft so ein Ding durch. Und du kannst halt selbst klicken. Was habe ich jetzt bekommen? Schon wieder dasselbe wie vorher. Schwester Orb, äh, Upgrade Orb. Upgrade Orb. So. Hm. Aha. Meine Spannungsanzeige rastete gerade aus. Fisch-Wiki-Archievement. Eine Jack-Macräle. Ja, jetzt habe ich ein Archievement bekommen für die Jack-Macräle. Eine Jack-Macräle, wie auch immer. Ja, keine Ahnung, warum? Vielleicht wegen dem Gebiet hier, vielleicht ist es wirklich hier das Anfängergebiet. Ja, schätzungsweise. War dann eben wahrscheinlich mein Fehler. Ja, ich ja auch nicht. Will ich das nicht wissen? Ich habe das Spiel noch nie gespielt. Ach, fuck, jetzt habe ich vergessen, dass der erst abtauchen muss. Ah, lol, blauer Seestern. Das sind ja die Dinger, wo du brauchst, ne? Hast du das eingefangen? Oh, eine Gersami-Schwimmkrabbe. Ja, ja. Hörst du die Möwen? Beruhigend. Das Rauschen des Meers, der Wind, die Möwen. Geil. Mensch, Nico, hör mal, wer hat gedacht, dass wir zwei mal zusammen angeln? Ja, das ist eine gute Frage. Mann, ist das geil. Ja, schön in Japan. Schön in Japan, alles wegen YouTube-Money, gar kein Problem. Schön mit deinem YouTube-Money, alle haben wir uns zu Ruhe gesitzt und sind nach Japan und fangen an zu angeln. Gasami-Schwimmkrabbe. Ja, ja. Alles in den Tank. Da habe ich gerade auch einen an Land gezogen. Sind wir hier gerade auf Yong-Hung? Ja, ich glaube auch. Ich glaube ja. Ich soll eine greise Schwarzkopf-Meerbrasse fangen. Aha. Das ist quasi eine Quest, die man annehmen kann. Ah, lol. Die gibt es hier doch nicht. Scheiße, die, wo ich brauche, die sind hier gar nicht. Geil. Ähm, irgendwas mit Segenfisch. Äh, Segel-Pfeilenfisch. Der wird zwar auf der Karte hier angezeigt, aber ich bin anscheinend doch noch ein Stück zu weit weg. Das kann doch möglich sein. Ich brauche so einen dämlichen, ich brauche zwei von diesen dämlichen Seesternen. wenn ich wüsste, wie man handelt oder so, könnte ich dir ja einen geben, ne? Jetzt habe ich noch einen. Komm mal zu mir, hier sind die irgendwie dauerhaft, diese Seesternen. Ja, da muss ich jetzt gleich mal zugekommen. Ich brauche gerade erst mal. Oh. Ich wollte nämlich die Köder nicht verschwinden. schon wieder so eine Krabbe gefangen. Bei mir kommt in Steam jetzt die Meldung, dass du World of Fishing spielst. Geil. Steam halt, ne? Level up. Jagd-Marele, Makrele. Ab in den Tank, johin. naja. Hey. Jakken Jack. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. I got to work so wollen wir mal auswerfen hier alter die lenkung ist ja mal affig von diesem schiff schiff sei ich jetzt immer schon bei einem schiff von unserem bötchen natürlich da von wegen hier beißen die seesterne doch da kommt einer also wenn wenn so ein seestern sich bewegt wie patrick star dann hätte ich da keine großen hoffnungen oh ja ich habe einen fein fisch gezählt, den wollen wir mal haben direkt den zweiten dann werde ich glücklich hallo fischi das ist nun mal krele aber ich stopfe jetzt alles in den ja der wird ja auch irgendwann voll sein weil 15 stück 15 stück sperrgundel 24,15 cm in den tank das hatte ich eben mit 28 cm oh da kommt der zweite seestern sehr schön nein er haut ab was soll der scheiß nur wegen dieser scheiß makrele ach komm rein jagd makrele komm Hau ab dich lass mal frei da haben wir schon zwei oder so ja ja klappt nicht ganz so gut ja diese dämlichen seesterne ja den fisch den ich brauchte wir angeblich sehr häufig in dem gebiet aber wie wir sehen sehen wir nichts noch so eine makrele jetzt habe ich geschlafen ich habe schon sieben fische im piechstand jagd makrele leck mich am marsch langsam nächste jagd makrele net wenn ich mich mal mal schlägt ja ist echt so so jetzt heißt es zurücklehnen und warten auf auf in den fischten mit dir hauptsache fische zum ja meine 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 genau wundert mich dass hier weit und breit keine werbung für paysafe ist das ist nur in den neuen gebieten drei stunden später jagd makrele leck mich am arsch niveau 2 was bedeutet niveau machen wir mal einfach in tank ich glaube desto höher niveau desto fetter sind die fische und bringt mehr kohle bringen die ja ich glaube auch sag mal wir haben gerade 1 u 31 morgens warum fangen leute an warframe zu spielen den ganzen tag ist ruhe in steam und jetzt wo ich vergesse mich offline zu stellen einer nach dem anderen startet irgendein spiel ja eine gasami schwimm krabbel ich wäre nett wenn die mich mal am arsch schlecken ich brauche diese schalte diesen zweiten blöden seestern nein seestern schwimm nicht vorbei komm zu mir bitte oh da kommt ein da kommt ein seestern ein seestern ein seestern komm 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 ja wohl segel feil in den köder hammer endlich in den köder 2 ja in den fichtank jetzt haben wir die quest abgeschlossen und ja und jetzt in den fichtank ja geil kriegt man jetzt automatisch eine neue oder gehst du meinen fichtank fisch kriegt man nicht schade aha oh kann ich jetzt abschließen wie kann ich die ja die ist automatisch abgeschlossen nein ich bin nein kein Mission nee nee je wird zwei Chance nee nee das wird mir einfach uwollt nee nee she ei nein na 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 Vielen Dank.